Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Natürlich. Ich bin kein Schisser, Bro. Natürlich, Hermann. Ich bin kein Schisser. Wen, wen kriege ich in den Arsch? Wen kriege ich in den Arsch? Wen kriege ich in den Arsch, Mann? Wen kriege ich in den Arsch? Wenn ich wieder da bin, wo wir waren. Wen kriege ich in den Arsch, Mann? Soll ich ihn sagen, in den Arsch? Komm, sag doch, Bro, red doch, Mann. Wen kriege ich in den Arsch? Den, der... der die Macht hat. Der die Macht hat. Ja, und wer? Wer hat die Macht? Sprech es aus, BeCoin. Wer hat eine Arbeiter-OG geworden? Arbeiter-OG? Für wen arbeiten wir? Für wen arbeiten wir? Die OGs besitzen wir. Die Quelle. Oh, Mama, Bro. Wir haben nicht mal auf einer Route gearbeitet, Bro. Was scheißt du so rein? Warum scheißt AJ so rein? Was macht er da? Der, die Merda, vergiss nicht, dass du aus der Gosse kommst. Ich bin dir runter, mein Freund. Ich dachte, du wirst kommen. Und das ist das, was du nicht verstehst, Bro. Weil ich, weil ich der... Warte, hör mir zu, Bitcoin, Mann. Weil ich der Letzte bin, der mein Beileid sagt. Bin ich dann ein schlechter Mensch, Bro? Mein Beileid? Ja, Bro, wenn jemand von dir sterben sollte. Und ich bin die letzte Person, die zu dir kommt und sagt, mein Beileid. Bin ich dann irgendein schlechter Mensch? Ist es ein Wettbewerb? Nein, es ist nichts, Mann. Ich komme zu meinem Zeitpunkt. Ich habe auch Termine. Ich muss mich auch um 30. Jeden verschissenen Mal habe ich dich verziehen und diesen Dill weiterlaufen lassen, der Merda. Und du denkst, ich bin... Nicht, dass dein Blutdruck so steigt, Mr. Bitcoin, ja? Mein Blut ist immer noch genauso rot wie deine Haare. Also halt da jetzt besser. Ich rede von deinem Blutdruck. Natürlich. Merda, ich sage Ihnen was. Wenn Sie einmal angekommen und hätten versucht, uns sich geschäftlich zu einigen, hätte ich gesagt, wir auch okay. Ich sage seit Tag 1 zu Mr. Bitcoin, dass Sie abschauen sind. Und er nimmt Sie in Schutz. Aber jetzt beweisen Sie es. Jetzt legen Sie es offen. Sie haben eins nicht verstanden, Mr. Bitcoin. Du hast vieles nicht verstanden. Du spielst immer mit Sachen, die du gar nicht weißt. Du blufst. Du blufst sehr viel. Und ich sagte, 90% der Sachen sind richtig. Aber ich weiß ganz genau, warum ich nicht auf euch zugekommen bin. Ich habe dich gestern angerufen. Ich sagte, hey, uns wurden Waffenteile geklaut. Und du so, der Merda. Es ist mir scheißegal, was bei dir passiert ist. Ich kümmere mich erst mal um meine Familie. Richtig. Und da habe ich gesagt, okay. Upi braucht ein bisschen Zeit. Upi muss runterkommen. Er hatte viel zu tun. Er hat viel Stress. Er hat graue Haare bekommen. Da habe ich gesagt, okay, ich werde dich nicht nerven. Natürlich. Und auf einmal komme ich dann heute, Bro, nach einem Tag, wo du dich vielleicht beruhigt hast und normal mit mir reden kannst. Und dann bin ich die Pussy, die ich dir in meinem Beileid gesagt habe. Yo, damn. Du hast gegen OG noch nicht verloren. Du hast erst verloren, wenn du auf die Knie gehst und sagst, du hast den Krieg verloren, Bro. Weil immer noch, die Waffroute gehört immer noch euch. Und OGs ist immer noch am Angreifen. Nur weil sie darauf arbeiten und die bewirtschaften, heißt das nicht, dass es denen gehört, man. Es geht nicht darum, wann du dich gemeldet hast. Es geht darum, was du in dieser Zeit gemacht hast. Was habe ich in dieser Zeit gemacht? Dann frag mich, Bro. Ja, bueno, ich gebe dir die Antwort. Erzählt nochmal das, was gestern mit den Jungen Drecklis war und heute. Vielleicht Loco auch. Ich warte mal, Loco. Jetzt darfst du mal reden, dann red doch. Wie redet ihr das? Der redet doch nicht, Bro. Scheiß auf, Loco. Hermanus, hinter mir. Der war der, der die Erfahrung mit Jungen Drecklis gemacht hat. Ich gehst dann beim Dias anwesend. Redet von Loco, bitte. Ja. Alessandro, erzähl nochmal das von Jungen Drecklis. Ja, wir sind nachdem Dias uns hinterhältig ohne Waffen niedergesteckt haben. Also wir hatten natürlich keine Waffen, die waren cool ausgelöstet, aber wir haben trotzdem sehr viel von denen geholt. Respekt. Wir sind hochgekommen. Da war dann Lil Mafia, ich glaube, so heißt es mit den roten Haaren. Bist gekommen oder standest du schon da mit deinen Männern? Ihr habt komische Andeutungen gemacht. Also ich meine, es ist nicht so ein bisschen mäßig uns ausgelacht. Sag, was wir gesagt haben, Bro. Ja, es kam, ich habe so, sowas habe ich gehört. Und da kam auch eben von dir, ich glaube, das warst du, eine Musik, auf denen die sehr traurige Musik, weißt du, wie ich meine? Dann haben wir dich geboxt, paar Mal. Dann hat die Musik auf einmal aufgehört und du hast in einem ironischen Ton gesagt, was du gemacht haben sollst. Das war's, ja? Was? Bro, 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 und deswegen sage ich, komm und talk mit mir, Bro. Wir sind noch nicht fertig. Easy. Also das stimmt auf jeden Fall. Bruder, keiner sagt, dass er lügt, Bro. Das war doch genau so. Nur... Wir sind nicht fertig, Lil Mierda. Lil Mafia. Wir sind noch nicht fertig, Lil Mafia. Ja, also ich bin gerade noch ein bisschen dazugestoßen. Also, was auf jeden Fall war, wir hatten eine Schwierigkeit mit, ähm, hier den Diaz-Krattel. Und, ähm, als wir dann hochgekommen sind, standet ihr da irgendwie in der Reihe. Ähm, ja, habt ihr schon einfach, das war lustig gemacht. Ganz zufällig in zwei Reihen, ja, genau da, wo wir durchgingen, äh, ja. Und es hieß, irgendwas wird, äh, wird noch die Fresse bekommen. Ein Tag später zu dir gefahren, allein. Hab dich mitgenommen, in dein Hundekäfig gepackt und dich dort niedergeschossen. Du warst das? Das war ich. Verdammt, diese Gitter sind immer noch an meiner Hand. Ihr seid für mich nicht ein Haufen Dreck. Oder irgendeine, irgendeine billige Straßengehen. Das wissen meine Hermanos, die hier stehen. Die wissen das. Denk drüber nach, was du willst, Lil Mierda. Dann kannst du mich nochmal anrufen. Die Lauf der Passentale. Kommt, Hermanos. Das ist unser Zeichen, dass wir gehen sollten. Die Frage ist, Bruder, ich weiß, wollen wir kurz hier eine Party feiern, Bruder, weil der Boden ist clean, ja? Wir machen Kreis, einer macht Breakdance, Bruder, ja? Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ey, komm, wir machen Kreis, einer macht Breakdance, Bruder. Let's go, let's go, ich mach Musik, Jungs, ich mach Musik. Breakdance, wer kann tanzen, wer kann tanzen, wer kann tanzen. Ey, 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 geht mal zur Seite, Jungs, geht zur Seite, geht zur Seite, Kreis. Ja, ey, 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 ey. Die Musikhose